Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident, wenn wir die heutige Rede von Horst Seehofer, aktuellere Beiträge von Seehofer, Söder, von anderen in der CSU, aber auch in der CDU und FDP zur Energiepolitik, zur Atomkraft, zu erneuerbaren Energien vor einem halben Jahr gehört oder auch gelesen hätten, hätten wir gedacht, wir träumen. Oder auch, vielleicht hätte man vermutet, wir haben jetzt doch die eine oder andere Maß des guten bayerischen Biers zu viel zu uns genommen. Wir erleben, wir dürfen erleben in der Energie- und in der Atompolitik eine Zeitenwende, ein Drehen um fast 180 Grad. Seehofer und Söder singen das hohe Lied von der Erneuerbaren, sprechen vom Standortfaktor, vom Wettbewerbsvorteil. Und heute haben wir ja gehört, Herr Seehofer, Sie haben wortwörtlich gesagt, ein einziges großes Konjunkturpaket. Das freut uns selbstverständlich, auch weil unsere jahrzehntelange Ansage, Umwelt- und Klimaschutz als Standortfaktor oder mit grünen Ideen, schwarze Zahlen, schreiben, endlich angekommen zu sein scheint. Schön war beispielsweise auch zu erleben oder erleben zu dürfen, wie in der Münchner Runde der Ministerpräsident Horst Seehofer dem doch etwas verdutzten VBW-Chef Rodenstock erklärt hat, das und weshalb die Grünen schon immer recht gehabt haben. Also es war auch ein wunderbares Erlebnis, Herr Ministerpräsident, für das wir uns ganz herzlich bedanken dürfen. War eine sehr, sehr nette Runde, wobei Ihr heutiger Beitrag uns schon ein bisschen so vorgekommen ist. Sie predigen uns jetzt das, was wir Ihnen jahrelang gepredigt haben. Die Kollegin Bause hat vorhin zu mir gesagt, der Saulus wird zum Paulus und erklärt dann den anderen wiederum die Religion. Also das Bild trifft es, denke ich, doch ganz gut. Auch spannend, die Südschiene, erst vor wenigen Wochen von Ihnen ja lautsprecherisch aufgetreten, in die Tonne getreten, aufgekündigt. Die wurde blitzschnell wiederbelebt. Ich darf zitieren aus Spiegel Online, Herr Ministerpräsident. Da heißt von wegen Ende der Südschiene und so Seite an Seite mit Horst Seehofer, den CSU-Kollegen aus München, macht der erste grüne Regierungschef der Republik mal eben einige zentrale Beschlüsse des schwarz-gelben Atomausstiegsplans rückgängig. Mit demselben Seehofer, der noch zu Wochenbeginn das in der Nacht zuvor vereinbarte Koalitionskonzept bis ins Detail gepriesen und verteidigt hatte. Das heißt, Herr Ministerpräsident, Sie haben hier auf den Herrn Kretschmann gehört. Sie sind ihm gefolgt, weil vorher haben Sie ja das Gegenteil verteidigt. Das ist anerkennenswert. Sie waren lernfähig und so sollten Sie es auch weiterhin sein. Es gab ja einige ganz, ganz maßgebliche Fehler in dem Konstrukt der Bundesregierung. Vor allem das geplante Blockweise-Abschalten der noch am Netz verbliebenen neuen Reaktoren in den Jahren 2021 und 2022. Das ist geheilt worden mit einem Stufenplan. Abschalten nach einem klaren Fahrplan, was einfach auch gut ist für die Planungssicherheit, für die Investitionssicherheit bei den Erneuerbaren, bei den Gaskraftwerken und bei anderen. Also herzlichen Dank auch für dieses Lernen. Wir hätten uns auch nicht träumen lassen, dass es beispielsweise einen DEW-Wochenbericht gibt, wie den ganz aktuellen. Da heißt es in der Überschrift Chancen der Energiewende. Und die Überschriften der einzelnen Kapitel, die darf ich kurz zitieren. Erstens, Atommoratorium, keine Stromausfälle zu befürchten. Zweitens, die Lichter gehen nicht aus. Drittens, ökonomische Chancen und Struktureffekte einer nachhaltigen Energieversorgung. Viertens, Öffnung des Strommarktes für erneuerbare Energien. Das Netz muss besser genutzt werden. Und der letzte Beitrag heißt dann Atomausstieg. Deutschland kann ein Vorbild werden. Also das ist das, was ich meinte mit der Zeitenwende, mit dem Umsteuern. Und da muss man eins ganz klar festhalten. Sie haben es ja vorhin selber angesprochen. Auslöser für das Umdenken und Umsteuern in den Teilen der Politik und in den Teilen der Gesellschaft, die vorher dazu nicht bereit waren. Das waren sicherlich die tragischen Geschehnisse in Fukushima. Wir Grünen können uns allerdings auf die Fahne schreiben, dass wir das für den Umstieg notwendige Klima geschaffen haben. Und dies in jahrzehntelanger Kleinarbeit, Überzeugungsarbeit und Auseinandersetzung. Also das Klima, denke ich, das können wir uns schon zuschreiben, auf die Fahnen schreiben. Eine unserer Wurzeln unter der tragenden Säulen war und ist bekanntlich der Kampf gegen die Atomenergie, wie sie von Leber, Schmidt, Strauß propagiert und befördert worden ist, sowie der Kampf für Energiesparen und für erneuerbare Energien. Atomenergie, Herr Ministerpräsident, und ich hoffe, auch da korrigieren Sie sich jetzt ziemlich schnell, weil Sie müssen ja auch gegenhalten gegen den gerade eben zitierten Sinn und andere dieses Schlages. Atomenergie ist eben nicht CO2-frei. Wir haben einen Ausstoß von ungefähr 30 bis 60 Gramm je Kilowattstunde. Das ist vergleichbar mit einem modernen Gasdampfkraftwerk. Hängt halt einfach daran, dass erst einmal Uranerz abgebaut werden muss, aufgearbeitet werden muss. Es sind Transporte da, also von wegen CO2-frei. Atom ist auch alles andere als eine heimische Energiequelle. Wir haben uns hier hochgradig abhängig gemacht. Es ist alles andere als preiswert. Die Subventionierung ist schon angesprochen worden und die Kosten werden eben abgewälzt auf andere Zeiten, auch auf andere Menschen. Und vor allem gibt es weiterhin die ungelöste Entsorgungsfrage. Und der letzte Punkt, und das war ja für Sie der Auslöser, umzudenken, Stör und Unfälle, wie sie eben nie auszuschließen sind, können katastrophalen Ausgang haben. Tschernobyl und Fukushima sollten hier endlich fanal genug sein. Sie haben es selber eindrucksvoll dargelegt, auch in der schon eben genannten Fernsehsendung. Hunderttausende von Menschen haben endgültig ihre Heimat verloren. Zigtausende von Menschen sind bedroht mit Gefahren für Leib und Leben. Jetzt darf ich Sie ansprechen, Herr Zeil, vor diesem Hintergrund verbieten sich einfach solche Sätze, wie Sie die vor wenigen Wochen noch getan haben, nämlich dass Sie gesagt haben, Atomausstieg und Energiewende, die dürfen aber in keinem Fall auf Kosten der Lebensqualität gehen. Also vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt an Bildern auch erlebt haben, und was die Menschen in Japan erleben mussten, ist ein solcher Satz schlicht und ergreifend zynisch. Kolleginnen und Kollegen von der CSU und FDP und von der Staatsregierung, Ihr Ausstieg aus dem Ausstieg, das war im Herbst 2010, also allzu lang ist das ja noch nicht her, begründet damals im Übrigen mit Sprüchen wie, wir stellen dann Versorgungssicherheit her und wir sorgen für moderate Strompreise. Dieser Ausstieg aus dem Ausstieg war ja eigentlich eine prima Sache für uns Grüne, weshalb wir haben massiv an Sympathie, an Anerkennung, an Anhängerschaft zugelegt. Vor allem konnten wir viele, viele tausend neue Mitglieder gewinnen. Das heißt, Sie haben uns diese neuen Mitglieder zugeführt. Trotzdem gewünscht hätten wir uns das nicht. Der Kollege Rindersbacher hat es schon angesprochen, weil Sie haben mit dem Ausstieg aus dem Ausstieg und der jetzigen Entwicklung dafür gesorgt, dass Milliarden an Kosten drohen, an Kosten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das sei hier auch noch mal ganz klar gesagt, diese Milliardenkosten haben wiederum Sie und nur allein Sie zu verantworten. Grundsätzlich ist es ja so, und Herr Kollege Schmidt, da bin ich bei Ihnen dafür und dagegen, und die Schublade, grundsätzlich hat sich die Union seit Jahren als Dagegenpartei profiliert. Gemeinsam mit der FDP war sie gegen das Erneuerbare-Energien-Gesetz, hat auf Landesebene zum Beispiel den Ausbau von Windenergie systematisch behindert. CDU und CSU haben gegen den Emissionshandel gekämpft und sie haben immer verbindliche Energiesparziele abgelehnt. Und auch die Merkelsche Energiewende ist in Toto immer noch eine Mogelpackung. Sie ist zu wenig, sie ist zu langsam und sie ist vor allem von oben herab. Ein paar Belege, einige wenige Belege, anstatt zielstrebig den vollständigen Umstieg auf erneuerbar erzeugten Strom anzugehen, strebt die Bundesregierung bis 2020 erst mal nur einen Ökostromanteil von 35 Prozent an. Dann will sie eine Kostengrenze für das Erneuerbare-Energie-Gesetz und gleichzeitig die Industrie noch großzügiger von der Umlage befreien. Das heißt, das ist sozial ungerecht und auch schädlich wiederum für den Ausbau erneuerbarer Energien. Zentral statt dezentral ist weiterhin die schwarz-gelbe Devise. Nicht die dezentralen Erneuerbaren stehen ganz im Vordergrund, sondern erst mal sollen neue Kohlekraftwerke ans Netz und einen großen Anteil des wegfallenden Atomstroms ersetzen. Die Planung soll gestraft werden, Bürgerbeteiligung soll eingeschränkt werden, der Neubau der Klimakeller aus Kohle soll ausgerechnet finanziert werden, aus Mitteln, aus dem Klimaschutzfonds. Das ist alles andere als sinnvoll. Und von oben herab will die Bundesregierung das Land mit neuen Stromtrassen durchziehen, Zentralisierung der Planung beim Bund anstelle transparenter Verfahren und mehr Akzeptanz, auch mehr Akzeptanz durch Erdkabel, beispielsweise schwarz-gelb organisiert den Netzausbau und den Umstieg in Erneuerbare erst mal nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern, sondern gegen Sie. Da sind Sie herzlich aufgefordert, Herr Ministerpräsident, noch für die notwendigen Korrekturen zu sorgen. Der einstimmige Beschluss der Ministerpräsidenten geht hier ja auch in die richtige Richtung. Beim Thema Energiesparen, ich hatte es schon angesprochen, aber man muss sich einfach noch einmal vor Augen führen. Die EU wollte hier verbindliche Einsparziele. An wem ist es gescheitert? Wieder an der gelb-schwarzen Bundesregierung. Und wenn wir uns anschauen, erst kürzlich zusammengestrichen worden, das Gebäudesanierungsprogramm. Und wie zögerlich macht man jetzt Zusagen, hier wieder stärker ranzugehen, obwohl man noch weiß, welche segensreiche Wirkungen dieses Programm entfaltet hat. Jetzt aber ein klein wenig zum Lob. Also, Herr Schmidt und Herr Seehofer, Sie haben ja auch unseren Parteitag angesprochen, am Wochenende bzw. am Samstag in Berlin. Wir sagen ganz klar, mit der Rücknahme der Laufzeitverlängerung kehrt die Bundesregierung zum rot-grünen Atomgesetz von 2001 zurück. Und das ist gut so, das begrüßen wir. Und selbstverständlich anerkennen wir, dass mit den festen Ausstiegsdaten das Ende der Atomkraft sogar noch besser abgesichert wird. Also nicht mehr diese Geschichte mit der Übertragung der Reststrommengen, die ja für das eine oder andere Kraftwerk... Ich sage ja, das ist sogar noch besser, Herr Ministerpräsident. Das habe ich an dieser Stelle ganz dezidiert gesagt. Also hier auch noch einmal eine Verbesserung. Auch begrüßenswert, dass eben die sieben ältesten Atomkraftwerke und das Pannenkraftwerk Rümmel nicht mehr ans Netz gehen. Also alles Dinge, die uns freuen und wo wir sagen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und deswegen begrüßen auch wir, wenn möglichst viele Fraktionen im Bundestag der Atomrechtsnovelle zustimmen werden. Selbstverständlich, Kolleginnen und Kollegen, werden wir alle, das gilt für die SPD ganz genauso wie für uns, darauf drängen, dass diese Novelle auch rechtssicher begründet wird. Weil da gibt es ja schon noch das eine oder andere Fragezeichen. Und dass sie auch in dem einen oder anderen Punkt noch spürbar verbessert wird. Wir sagen auch, dass der Abschaltplan der Bundesregierung bis 2022 eben nicht den schnellstmöglichen Atomausstieg bedeutet. Die Grünen haben es vorgerechnet. Die Deutsche Umwelthilfe hat es vorgerechnet. Das Umweltbundesamt hat es auch vorgerechnet, dass es wirtschaftlich und rechtssicher machbar wäre, beispielsweise bis 2017. Dafür, denke ich, sollten wir alle weiter kämpfen, uns weiter dafür einsetzen. Und selbstverständlich werden wir uns auch dafür einsetzen, dass die noch am Netz verbleibenden Atomkraftwerke auskonfrontiert werden mit höheren Sicherheitsanforderungen als bisher. Also der Paragraf 7d des Atomgesetzes, der die Sicherheitsstandards gesenkt hat, der muss schleunigst wieder gestrichen werden. Und gleichzeitig gilt es auch, die mittlerweile seit zwei Jahren vorliegende Überarbeitung des kerntechnischen Regelwerkes endlich in Kraft zu setzen. Es gibt diesbezüglich eine Reihe weiterer Forderungen, die werden wir ja auch, denke ich, dann in den weiteren parlamentarischen Beratungen bemühen. Also der Strahlenschutz muss für das AKW-Personal deutlich verbessert werden. Und selbstverständlich muss endlich eine ergebnisoffene, bundesweit vergleichende Suche nach dem bestmöglichen Standort für Endlager umgesetzt werden. Herr Ministerpräsident, zu Bayern. Energiewende in und von Bayern aus, das ist ja das Thema, was uns vor allem bemühen sollte. Da sieht eben doch nicht alles so rosig aus, wie Sie es vorhin kundgetan haben. Es gibt ja alle zwei Jahre eine wunderbare Vergleichsstude, das Ranking im Auftrag des Bundesverbands Erneuerbarer Energien von großen Wirtschaftsforschungsinstituten gemacht. Und da heißt es für das Jahr 2010, im Bundesländervergleich liegt Bayern auf Platz 7. Es ist damit im Vergleich zu 2008 um vier Plätze zurückgefallen. Im Bereich Bürgerengagement führt das Bundesland. Wir haben also ein ganz, ganz uneinheitliches Bild. Beispielsweise Bayern ganz vorne bei der Nutzung von Solarstrom, von Solarwärme und Holzheizungen. Aber es gibt in anderen Sektoren deutliche Schwächen, ganz hervorgehoben. Es gibt auch so eine Auszeichnung, Leitstern 2010, das ist die Kategorie Bürgerengagement. Da wird aber wirklich nur zusammengefasst, was ist dem Einsatz der Bürgerinnen und Bürger zu verdanken. Also wie hoch ist der Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die besonders umweltfreundlichen Strom beziehen? Oder wie viel der bayerischen Bürgerinnen und Bürger tun sich Photovoltaikanlagen aufs Dach oder nutzen die Solarthermie? Da ist Bayern vorne. Aber jetzt bringen wir mal die Kategorien, wo Bayern hinten liegt. Und das haben Sie vorher an einigen Baustellen falsch dargestellt. Definitiv falsch dargestellt, Herr Ministerpräsident. Also ich zitiere, im Bundesländervergleich liegt Bayern in folgenden Punkten hinten. Unzureichende Fördermaßnahmen. Ungeachtet der politischen Zielsetzung und Programmen schneidet Bayern bei konkreten Fördermaßnahmen relativ schlecht ab. So bei Informationsangeboten Platz 13, also 13 von 16 ist nicht toll, bei Förderprogrammen Rang 14 und beim Hemmnisabbau ebenfalls Rang 14. Schlusslicht Windenergie, dass die Potenziale kaum ausgenutzt werden, ist auch eine bekannte und erkannte Sache. Da brauche ich also nicht weiter darauf einsteigen. Wasserkraft und Wärme stagnieren. In diesen Bereichen ist Bayern nicht weiter vorangekommen in den letzten Jahren. Und dann eine zurückhaltende Industrie- und Technologiepolitik. Hier liegt Bayern im Bundesländervergleich zurück. Bei den Forschungsausgaben für erneuerbare Energien bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, da fallen die Zahlen für Bayern sehr gering aus. Bayern liegt hier auf dem vorletzten Platz. Auch bei den Studiengängen und Stellenanzeigen gehört Bayern zu den Schlusslichtern, jeweils Platz 14. Und auch bei den Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien nur Mittelfeld. Das heißt, das, was Sie vorhin unter Verweis auch auf den Kollegen Heubisch gesagt haben, beispielsweise war nicht zutreffend, Herr Ministerpräsident. Das heißt wiederum, hier gibt es großen Nachholbedarf. Das Fazit der Forscher vom DIW und einem anderen Verband. Bestehende Hemmnisse müssen dringend abgebaut werden. Auch bei Förderprogrammen und Informationsangeboten könnte sich das Land besser profilieren. Daneben sollen die industrie- und technologiepolitischen Anstrengungen wesentlich verstärkt werden. Hierzu zählt beispielsweise verstärktes Engagement bei der Förderung von Forschung und Bildung im Bereich erneuerbarer Energien. Also doch ganz anders, als Sie sich schulterklopfenderweise immer wieder zuschreiben, ganz, ganz große Defizite. Und Kolleginnen und Kollegen von der CSU und neuerdings eben auch von der FDP, obwohl Sie sich jetzt nicht angesprochen fühlen müssen, wenn Sie früher unseren Anträgen und Gesetzentwürfen und zahllosen anderen Initiativen gefolgt wären, dann stände Bayern wesentlich besser da. Herr Ministerpräsident. Sie haben vorhin ausgeführt, wieder wortwörtlich zitiert, zumindest aus Ihrem Manuskript, wir werden unsere staatlichen Gebäude energetisch sanieren. Ja, warum denn erst jetzt gescheit? Da gibt es zahllose Anträge von uns und auch von der SPD, wahrscheinlich auch von den Freien Wählern, immer wieder gebracht. Der staatliche Gebäudebestand gehört endlich energetisch saniert, inhaltlich gut, außer dem Vorbild und Vorreiterfunktion. Warum geht da nichts voran? Wenn ich sage, wären Sie unseren Initiativen früher gefolgt, wir haben da mal ein bisschen reingeblättert, Gesetzentwurf für einen sparsamen, rationelle, sozial und ökologisch verträgliche Energienutzung in Bayern, Bayerisches Energiewendegesetz, das trägt die Drucksache 1112316, also datiert aus dem Jahr 1989. Der Kollege Magall steht beispielsweise mit drauf auf dem Kopf. Also Chapeau, Herr Kollege Magall, ein Bayerisches Energiewendegesetz im Jahr 1989 bereits beantragt. Und so geht es dann durchgehend weiter. Ich bin jetzt auch nicht ganz neu in dem Gremium. Ich kann mich erinnern, einer meiner ersten Anträge zusammen mit der Kollegin Emma Kellner, Energiewende in Bayern umsetzen, auch schon mittlerweile 12, 13, 14 Jahre alt. Und wenn wir etwas kleinteiliger das Ganze betrachten, also nicht nur die Anträge und Gesetzentwürfe rausbrechen, die die Energiewende insgesamt meinen, sondern einzelne Baustellen davon, dann können wir wirklich Hunderte dieser Anträge vorweisen, Hunderte dieser Initiativen. Es ist vom Kollegen Rindersbacher vorhin benannt worden, auch in letzter Zeit nach Fukushima gab es jede Menge Anträge, die sind entweder vertagt worden oder abgelehnt worden. Besonders schäbig, aber auch bezeichnend waren beispielsweise die Haushaltsanträge, mehrere Fraktionen vor Fukushima gestellt, nach Fukushima aber diskutiert und abgelehnt. Das zeigt nicht unbedingt, dass sie hier guten Willens sind. Und Herr Ministerpräsident, wir befassen uns ja gerne mit dem, was von Ihnen an Verlautbarungen kommt. Also Herr Kollege Schmidt, wir haben das Programm der Regierung sehr genau studiert, mehrfach durchgearbeitet, energieinnovativ vor drei oder dreieinhalb Wochen, wo es rausgekommen war. Ja, wir haben es ja auch schon andiskutiert. Also das ist das Konkreteste und Fassbarste, was es letztlich gibt. Und mit dem sollten wir uns auseinandersetzen, weil die heutige Rede, das war viel Pathos, das waren sehr viele Allgemeinplätze. Aber Herr Ministerpräsident, sehen Sie es uns nach, doch sehr, sehr wenig Konkretes gewesen. Also an diesem Konzept der Staatsregierung muss man doch einiges kritisieren, zum Beispiel Mängel bei den Instrumentarien und Maßnahmen. Die Zielformulierungen sind über weite Strecken gut und sinnvoll, aber es fehlt meistens an konkreten Instrumenten und Maßnahmen. Wenn welche genannt werden, dann sind das alles Förderinstrumente, ordnungsrechtlich völlige Fehlanzeige. Da muss unseres Erachtens doch das eine oder andere getan werden. Bei der Windenergie sagen wir, da wäre noch viel, viel mehr drin. Es ist zwar erfreulich, dass Sie hier Ihre Blockadepolitik aufgeben wollen, aber die Ziele sind viel zu wenig ehrgeizig. Bei der Biomasse kommt beispielsweise die Kraft-Wärme-Kopplung viel zu kurz und auch die ökologische Ausrichtung kommt viel zu kurz. Bei erneuerbaren Energien im Gebäudebestand ist eben nichts geplant an rechtlichen Festlegungen, wie sie notwendig wären. Beim Erdgas war damals, und das ist jetzt immerhin schon eine Verbesserung in Ihrer heutigen Rede gewesen, da war vom geplanten Ausbau von Großkraftwerken mit einer Leistung von ungefähr Gigawatt die Rede gewesen. Dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung, Erdgaskraftwerke haben fast keine Rolle gespielt. Und es hätte die Gefahr bestanden, dass Investitionsruinen geschaffen worden wären, beziehungsweise dass wir dann die Gaskraftwerke als Blockadekraftwerke gehabt hätten. Also da wieder der schöne Satz vom Politikberater Spreng, die Brücke als Ziel und nicht das andere Ufer. Also möglicherweise wäre das da bei der Brücke auch auf einmal der Fall gewesen. Beim Verkehr, da hat es an allen gefehlt, außer an ein paar ganz vagen Absichtserklärungen. Und was unser ganz entscheidender Kritikpunkt war, Herr Schmidt und Herr Seehofer, und das bitten wir Sie schleunigst zu korrigieren, jetzt wirklich abzuarbeiten, es gab überhaupt keine, in diesem Regierungsprogramm, überhaupt keine Zeitperspektive. Es gibt zwar dieses Schlusskapitel, das heißt, was wir bis wann erreichen können, aber diese Überschrift, hinter der versteckt sich überhaupt nichts, außer dass es dann heißt, in zehn Jahren können wir das alles insgesamt erreichen. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen konkrete Schritte, konkrete Maßnahmen in einem konkreten Zeitkorsett präsentiert. Also wie das vorhin vorgetragene Ranking ja belegt hat, gibt es in Bayern großen Handlungsbedarf. Bayern hat sich viel zu lange ausgeruht auf dem hohen Anteil an Kernkraft und gleichzeitig einem hohen Anteil an abgeschriebener Wasserkraft. Deswegen ist bei den anderen Erneuerbaren viel zu wenig vorangegangen und ist auch viel zu wenig vorangegangen beim Energiesparen und bei der effizienten Energienutzung. Ganz wesentlich ist es, Sie haben es selber gesagt, die vorhandene Energie effizienter zu nutzen, als dies bisher geschieht. Im Kraftwerksbereich brauchen wir dringend höhere Wirkungsgrade und auf der Verbrauchsseite müssen Stromschleudern durch effiziente Geräte ersetzt werden. Wir brauchen intelligente Netze, wir brauchen intelligentes Messen, auch um die Stromproduktion und die Stromnachfrage schlichterdings besser steuern zu können. Und ganz generell, Herr Ministerpräsident, wir haben ja gelesen und lesen müssen, lesen dürfen, dass Bayern bei der Informationspolitik ganz hinten ist. Ganz generell gilt es einfach, die Verbraucherinnen und Verbraucher besser zu informieren, um sie dann auch besser mitnehmen zu können. Und das ist eine Geschichte, wo wir nicht auf den Bund zeigen müssen, sondern was wir hier von Bayern aus tun können und tun müssen. Wir setzen uns weiterhin ein, dass es zügig passiert, ein Programm zur Umrüstung von Nachtspeicherheizungen, Förderung von Kraft- und Wärmeanlagen, vor allem Mini-Block-Heizkraftwerken von Nah- und Fernwärmenetzen, Effizienzprogramme zum Austausch von Heizungspunkten, Haushaltsgeräten, Elektromotoren, Unterstützung beim Ausbau von Smart-Grids, also intelligente Netze und auch Smart-Metering und den flächendeckenden Ausbau von Energieagenturen. Sie haben ja vorhin kundgetan, eine zentrale Energieagentur, Sie hätten die Zustimmung aller Verbände und Organisationen, mit welchen Sie verhandelt haben, bekommen. Aber ganz wichtig ist, wir wollen ja in die Dezentralität gehen, das heißt, mehr dezentrale Erzeugung von, wir werden nicht grundsätzlich von Zentralen wegkommen, aber wir wollen mehr in Richtung Dezentralität, und zwar in der Erzeugung, wie in der Verteilung, wie auch in den Besitzstrukturen. Das heißt, wir brauchen da auch Agenturen vor Ort. Also da muss auch angeschoben werden. Was die erneuerbaren Energien anbelangt, also wir sind immer noch über dem Bundesdurchschnitt, aber nur mehr auf Platz 7 und immer noch über dem Bundesdurchschnitt, vor allem dank der Wasserkraft, die ja hier einen sehr hohen Anteil hat. Aber auch da muss endlich was passieren. Das heißt, Kehrtwende bei der Nutzung der Windenergie, Landesentwicklungsprogramm ist angesprochen worden, die Regionalpläne sind angesprochen worden, sonstige bürokratische Hemmnisse müssen beseitigt werden. Wir brauchen unbedingt den Ausbau und die Ökologisierung der Biomasse-Nutzung, das heißt, Vorrang der Nutzung auch wieder in der Kraft-Wärme-Kopplung, das heißt, Vorrang der Reststoffe-Verwertung, Gülle, Landschaftspflege, Material, ökologisch verträgliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe, also Stichworte, Fruchtfolge und anderes. Wir brauchen eine Koordination ähnlich der Geothermie-Nutzung, was den Umbau des Stromnetzes und der Stromspeicherung anbelangt. Da wünschen wir uns schon die Erarbeitung eines Bayerischen Netzausbauplanes unter Mitwirkung der Netzbetreiber, der Energieversorger, der Umweltverbände, dann die Ermittlung eines Bayerischen Bedarfsplanes zur Stromspeicherung, auch wieder unter Mitwirkung der Verbände und Organisationen, mit denen Sie ja schon kurze, aber immerhin Gespräche geführt haben. Wir bestehen auch weiterhin auf der Erstellung eines Katasters für Pumpspeicherkraftwerke, weil wir die Leute einfach überzeugen müssen, weil wir die Leute überzeugen müssen, warum gerade an diesem Standort, warum ist es gerade der Standort, der am besten geeignet ist. Wir setzen uns ein für runde Tische in den betroffenen Regionen als Begleitung der bisher laufenden Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und wir brauchen auch eine Reform dieser Verfahren, das heißt Schaffung von Transparenz und die Bürgerinnen und Bürger frühzeitiger informieren, als dieses bisher der Fall ist. Und selbstverständlich gilt es auch, die Marktmacht der großen Vier zu begrenzen und den Wettbewerb zu stärken. Und da können auch Sie im Freistaat mit Ihrer Landeskartellbehörde was tun. Sie können auch Hilfestellung geben für neue Investoren und Energieanbieter und Sie können regionale, kommunale Stadt- und Gemeindewerke fördern. Also es gibt hier in Bayern ein großes Betätigungsfeld. Kolleginnen und Kollegen, ich gehe jetzt gar nicht mehr so stark ein, was noch auf Bundesebene alles geschehen müsste. Also wie wir uns eine Reformierung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes vorstellen. Also mit Sicherheit nicht so, wie dies die Bundesregierung vorgeschlagen hat. Wie beispielsweise das Marktanreizprogramm wieder in Bewegung und Wirkung zu setzen ist. Wie der Gebäudebestand besser ökologisch saniert ist. Also da müssen wir uns da noch überhalten. Über Abschreibungsmöglichkeiten, über Abschreibungsmöglichkeiten, die sicher ergänzend zu dem Förderprogramm ein richtiger Weg wären, um hier endlich mehr Schwung reinzubringen. Da werden wir dann an geeigneter Stelle unsere Vorschläge bringen, unsere Vorschläge wieder bringen. Wir haben es ja schon in einer Reihe von Anträgen immer wieder dargelegt. Kolleginnen und Kollegen, der CSU, der FDP, Herr Ministerpräsident und andere Mitglieder der Staatsregierung, wir sind ja gerne bereit, hier mitzuarbeiten. Also gerne bereit zur Zusammenarbeit, auch den von Ihnen ja geforderten großen gesellschaftlichen Konsens mitzutragen. Aber das ist keine einseitige Geschichte. Das heißt, da ist auch Ihr Mitwirken gefordert. Und da wären etwas leisere Töne, etwas mehr Bescheidenheit auf Ihrer Seite, Herr Seehofer und Herr Zeil, durchaus angesagt, würden Ihnen durchaus gut anstehen. Herr Ministerpräsident, der öffentlich ausgetragene Streit in der Staatsregierung, vor allem auch um die Zuständigkeiten, der war kein Ausweis hoher Regierungskunst. Und er war der Sache auch nicht dienlich. Er hat massiv geschadet. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Die Kollegin Christel Kamm hat gemeinsam mit dem Kollegen Ludwig Hartmann Anfang April eine Anfrage gestellt zum Thema Windenergie. Anfang April. Nach einem Monat kam das uns allen Bekannte aus dem Ministerium, aus dem Umweltministerium. Ja, wir müssen noch recherchieren. Es dauert noch. Wir bitten um Verlängerung der Bearbeitungsfrist. Einen Monat später ein ähnlich lautendes Schreiben. Wir sind immer noch nicht durch. Wir müssen noch recherchieren. Wir bitten weiterhin um Verlängerung der Beantwortungsfrist. Und dann weitere zweieinhalb Wochen später kam ein Schreiben. Ich habe es hier. In dem heißt dann, das Umweltministerium stellt fest, wir sind gar nicht zuständig. Zuständig ist das Wirtschaftsministerium. Also, Herr Minister Seehofer, das belegt ganz eindeutig, Ihre Regierung ist zurzeit nicht handlungsfähig. Hier sind Sie gefordert. Hier. Also, ich. Wir geben Ihnen gerne die Schreiben aus den einzelnen Häusern, die tatsächlich belegen, wie dieser Kompetenzwirrwarr und dieser Kompetenzstreit in der Sache schadet, nämlich dafür sorgt, dass wir hier alle gemeinsam in der Sache nicht weiterkommen. Und jetzt bin ich weiterhin bei Ihnen, Herr Minister Teil. Der andere ist ja nicht da, der Markus Söder. Wenn Sie hier tönen, wenn Sie... Er lässt wieder Briefe schreiben, dass er jetzt doch nicht zuständig ist. Wenn Sie hier tönen, Herr Minister Teil, Sie wären die wahren Helden der Energiewende. Rot-Grün hätte zwar den Ausstieg beschlossen, sich aber nicht um den Umstieg gekümmert. Da dürfen wir dann schon die Frage aufwerfen, wie es denn gekommen ist, dass der Anteil der Erneuerbaren an der Stromproduktion fast doppelt so hoch gewachsen ist, wie es eigentlich prognostiziert worden ist. Nämlich 2001 hat man gesagt, ja, wir werden 2010 10 Prozent haben. Tatsächlich waren es gute 17 Prozent. Und das waren fast doppelt so viel wie prognostiziert. Und Herr Minister Teil, das war dreimal so viel, wie Ihre Leute zuvor geungt hatten. Also es ist nicht vom Himmel gekommen. Das ist zu verdanken, den durch Rot-Grün geänderten Rahmenbedingungen. Und, Herr Ministerpräsident, wenn Sie treuherzig erklären, wir, damit meinen Sie jetzt die CSU, also die CSU müsse besser werden in der Ökologie, da sagen wir jawohl, das ist richtig so, damit räumen Sie aber auch ganz freimütig Versäumnisse und Defizite ein. Und Sie räumen diese Versäumnisse und Defizite nicht nur in der Ökologie ein, sondern auch in der Ökonomie. Weil wir haben ja vorher gehört, Standortfaktor, Wettbewerbsvorteil, riesengroßes Konjunkturprogramm, all diese Chancen haben Sie bisher verspielt. Also da müssen Sie sich wirklich noch eingehender an die eigene Nase fassen. Applaus Wir durften ja auch lesen und hören die Ankündigung. Beispielsweise war es der schon genannte Gesundheitsminister Söder, der gesagt hat, über die Energiewende wird es uns jetzt gelingen, die Ökonomie mit der Ökologie zu versöhnen. Da müssen wir sagen, da reicht die Energiewende bei Weitem nicht. Da gäbe es zahllose andere Felder, wo die Versöhnung der Ökonomie mit der Ökologie angesagt wäre, angesagt ist. Ich greife jetzt mal den Bereich Verkehr raus, weil da müssen wir ja auch gemeinsam alle vorankommen, um beispielsweise den CO2-Ausstoß, den Gas, auch wenn es Gasdampfkraftwerke sein werden, den Gaskraftwerke zusätzlich schaffen zu kompensieren, wenn wir sagen, die Klimaschutzziele bleiben erhalten. Das heißt, da muss gearbeitet werden. Stichwort beispielsweise dritte Start- und Landebahn. Stichwort Flughafen München 2. Stichwort Donauausbau oder auch Stichwort der Ausbau der A94 durchs Isenthal. Da müssen auch wir anerkennen, dass es rechtlich gelaufen ist. Gar keine Frage. Ja, Herr Huber, jetzt sprechen wir mal wieder zur Wirtschaft, zur Wirtschaftspolitik. Vielleicht schreiben Sie sich das mal hinter die Ohren, was Sie da bisher angerichtet haben. Also, wenn die A94 im Herbst bis ein paar Städten fertiggestellt ist, verbleiben 33 Kilometer bis zum Abschluss nach Heldenstein. Und wenn wir in dem Bautempo weiterbauen, wie bisher gebaut worden ist, dann würde das eine weitere Bauzeit von 16,5 Jahren bedeuten, wobei das optimistisch ist, weil wir wissen, wo es an anderer Stelle fehlt und wo es an anderer Stelle klemmt. Und man muss eins ganz klar sagen, die Trasse Dorfen, das ist also die Isenthal oder am Isenthal vorbeiführende Autobahn, ich sage ja am Isenthal vorbeiführende Autobahn, diese Trasse Dorfen, die wäre für den Verkehr aus Mühldorf und dem Chemiedreieck oder dahin auch, erst dann nutzbar, wenn sie wirklich in Heldenstein wieder auf die B12 beziehungsweise auf 94 führt. Das ist im Planfeststellungsbeschluss, wenn sie dagegen teilabschnittsweise die B12 ausbauen, dann kann jeder einzelne Teilabschnitt genutzt werden. Das ist hier auch wieder die Verknüpfung Ökonomie und Ökologie. Also sie tun mit ihrer Trassenwahl nicht nur der Ökologie was Schlechtes, sondern sie tun auch der Wirtschaft was Schlechtes, weil es einfach nicht weitergeht. Herr Huber, wenn ich Sie da schon sehe, es gäbe da ja ein anderes Beispiel, die Bahnstrecke München-Mühldorf-Breilassing. Also auch da wäre mehr Dampf überaus wünschenswert. Kolleginnen und Kollegen, zu dem nochmal der großbeschworene Konsens, also zu dem von Ihnen, Herr Ministerpräsident, öffentlichkeitsheischend groß eingeforderten gesellschaftlich und politischen Konsens. Ihre Dialogbereitschaft erschöpft sich unserer Wahrnehmung nach bisher in Ankündigungen. Die Kollegin Margarete Bause und ich und auch die Kollegin Theresa Schopper waren mit dabei. Wir haben Ihnen ja am 2. Juni einen Brief geschrieben, wo wir gesagt haben, Zusammenarbeit prima. Das und das wären unsere Vorstellungen auch im Hinblick auf Ihre Verhandlungen mit der Ministerpräsidentin. Leider wartet dieser Brief immer noch auf Antwort. Also da verstehen wir unter Dialog und Dialogbereitschaft doch... Sie sind nicht zuständig. Doch. Sie sind nicht... Sie sind nicht zuständig. Sie sind nicht zuständig. Ah! Wenn Sie uns das schriftlich geben würden, aber wir finden es ja im Protokoll. Ist denn dann nur der Herr Söder zuständig oder der Herr Teil für die Beantwortung dieses Briefes? Also wir... Also Adressat, Adressat waren Sie selber und höchstpersönlich. Also erwarten wir auch von Ihnen eine freundliche Antwort. Sie können auch ja dann auch schreiben. Ja, in der Runde der Ministerpräsidenten habe ich Ihre Anregungen selbstverständlich aufgegriffen, assistiert nochmal vom Kollegen Kretschmann und wir haben uns auch in vielen Punkten durchgesetzt. Aber wie gesagt, Dialog sieht doch etwas anders aus. Wobei, Herr Ministerpräsident, wir kennen ja auch Ihr naturell, Ihre Rauchflust, Ihr pfleglicher Umgang mit dem Koalitionspartner. Herr Teil, ich vermute, dass Sie unter Ihrem schönen blauen Sakko und unter dem Hemd sehr viele blaue Flecken tragen. Also der pflegliche Umgang mit dem Koalitionspartner, der deutet uns an, was wir oder wie wir Ihre Schalmeintöne einordnen können und einordnen dürfen. Allerdings, Herr Ministerpräsident, die Frage, ob Sie jetzt den Konsens, die Zusammenarbeit wirklich wollen oder aber nicht, die muss uns jetzt gar nicht ganz so sehr kümmern, weil Fakt ist, dass die Energiewende vorangebracht werden muss, gelebt werden muss. Das ist im Interesse des Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger und das ist jetzt auch im Interesse Ihrer Glaubwürdigkeit. Also da kommen Sie nicht mehr dran vorbei. Sie haben vorhin ja ausgeführt, Bayern steht in den Startlöchern, da dürfen wir Sie schon fragen, wie lange wollen Sie denn noch stehen bleiben in diesen Startlöchern? Und wie lange lassen Sie das auch zu durch Eifersicht, Laien und Kompetenz hin- und herwerfen und hin- und hergezerre. Aber seien Sie versichert, wir werden hier nicht müde, entsprechend anzuschieben, weil wir der Meinung sind, es muss was vorangehen. Herzlichen Dank. MÜZİK MÜZİK Amen.